moin leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge lost ark diesmal wendet sich dieses video an creator street streamer youtuber oder wer auch immer bock hat auf lost ark wir bauen gerade einen community server auf unserem discord auf den link findet ihr unten in der beschreibung joint doch gerne wenn ihr selbst videos macht wenn ihr die videos konsumiert von den leuten wenn ihr die deutsche community ein bisschen pushen wollt wir werden ein community server aufbauen wo zuschauer wo creator sich treffen wo wir uns austauschen können tipps tricks alles was rund um lost ark ist wenn ihr dabei sein wollt kommt gerne auf den discord lasst uns zusammen wachsen schreibt mich an wenn ihr irgendwelche fragen habt und um den aufbau vom discord braucht ihr euch auch nicht kümmern das würde in erster linie ich übernehmen wenn ihr euch gerne mit einbringen wollt sehr gerne wünsche anregungen sind immer immer gerne gesehen mich würde es freuen wenn wir erwachsen würden hau da rein wir sehen uns im nächsten video und wir sehen uns am discord ciao ciao